Herzlich willkommen zu unserer nächsten Veranstaltung. In diesem Kapitel werden wir uns mit dem Themenkomplex der Fraktale auseinandersetzen und ich beginne einfach, indem ich Ihnen die Frage stelle, ob Sie sich schon einmal mit dem Konzept von Unendlichkeit befasst haben und sich vorgestellt haben, wie unendlich denn aussehen könnte und haben Sie sich schon mal die Welt um sich herum angesehen und sich gefragt, wie ist denn das alles aufgebaut, ohne jetzt Physiker zu sein, wie ist denn die Struktur der Welt um uns herum geschaffen. Ich habe Ihnen, bevor wir diese tiefgreifenden Fragen beantworten können, einige Bilder mitgebracht, die uns einen Ausblick ermöglichen, wie unendlich denn aussehen könnte, denn Fraktale bieten uns eines, einen Blick in die Unendlichkeit, um Benoit Mandelbrot, den Gründervater von Fraktalen, hier einmal zitieren zu können. Ich zeige Ihnen hier, bevor wir mit unserer Vorlesung beginnen, einige grafische Impressionen, wie denn Fraktale, wenn man sie mit modernster Computertechnik aufarbeitet, aussehen können und was Sie hier sehen, ist tatsächlich ein Blick in die Unendlichkeit und deswegen werde ich jetzt einfach nur mal durchklicken und das auf Sie wirken lassen. Wir werden mit der Vorlesung dann entsprechend fortfahren. Wir werden mit der Vorlesung dann noch mal durchklicken und das auf Sie wirken lassen. Wir werden mit der Vorlesung dann noch mal durchklicken und das auf Sie wirken lassen. Wie Sie sehen können, befinden wir uns nun im dritten Kapitel und wenn wir uns über das Thema Fraktale unterhalten werden, fangen wir natürlich an, erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich ein Fraktal, was verstehen wir darunter denn überhaupt. Wir werden uns mit dem Dimensionsbegriff intensiver befassen müssen, um ein Fraktal tatsächlich fassen zu können. Wir werden fraktale Kurven kennenlernen und die Konstruktion derselben, also wie erzeuge ich denn ein Fraktal im Allgemeinen, wie erzeuge ich eine Fraktale Kurve und was bedeutet das denn eigentlich. Wir werden uns über die Eigenschaften von Fraktalen unterhalten, wo ich auch noch mal näher auf die Aussage eingehen werde. Fraktale sind ein Blick in die Unendlichkeit und wir werden uns mit Maßen beschäftigen, die man verwenden kann, um Fraktale, ich nenne es jetzt mal salopp, in Zahlen zu packen und wir werden gegen Ende dieses Themas einen Abstecher machen in die sogenannte Mandelbrotmenge und in die Julia-Mengen und natürlich einen Blick auf chaotische Systeme werfen und einen Blick ins Chaos werfen und das Ganze miteinander in Verbindung bringen. Im letzten Kapitel haben wir sehr viel über Finanzmärkte gelernt. Wir haben etwas über Akteure gelernt, die auf verschiedenen Zeitebenen ähnliche Dinge tun und dass wir das in Reflexion auf Finanzmarktinstrumente als Multifraktalität bezeichnet haben. Es ist jetzt erstmal an der Zeit, uns allgemein mit dem Konzept von Fraktalen zu befassen, bevor wir noch mal Bezug darauf nehmen, was das denn für ein Finanzmarktinstrument bedeutet, weil ich einfach mal davon ausgehen kann, dass der Sprung von ich habe hier eine Aktie zu wir schauen uns unendliche Bilder an etwas weit sein wird. Deswegen lernen wir hier die absoluten Grundlagen und versuchen erst einmal zu verstehen, wie Fraktale funktionieren, wie man sie messen kann, wie ich denn ein Fraktal überhaupt erzeugen kann, was Fraktale denn eigentlich sind und was das letzten Endes für Finanzen bedeuten kann. Wir beginnen hier einfach mal mit der Frage, was ist denn eigentlich ein Fraktal? Fraktal ist ein vom Mathematiker Benoit Mandelbrot 1975 geprägter Begriff, der sich aus dem lateinischen Fraktus, das kommt von gebrochen und vom lateinischen Frankere in Stücke zerbrechen zusammensetzt. Das heißt, es ist natürlich ein gebrochenes Gebilde und Herr Mandelbrot hat damit bestimmte natürliche oder künstliche Gebilde, geometrische Muster bezeichnet, die in der Natur um uns herum vorkommen, aus denen wir bestehen. Das werden wir später noch sehen. Das bedeutet, ein Fraktal ist ein zerbrochenes oder gebrochenes künstliches Gebilde oder auch ein natürliches geometrisches Muster. Und wenn wir ein Fraktal jetzt etwas mathematischer beschreiben möchten, ist ein Fraktal ein Gebilde, dessen Hausdorf oder Hausdorf-Besikowitsch-Dimension die zugehörige topologische Dimension übersteigt. Sind wir wieder an diesem klassischen Trivial-Kann-Sich-Jeder-Her-Leiten-Punkt, machen Sie sich hier keine Sorgen, wir werden das im Detail besprechen, was das denn nun bedeutet. Um die vorhergenannte Definition überhaupt greifen zu können, bevor die Sinn ergibt, bevor wir die überhaupt verstehen können, ist es nötig, dass wir uns zunächst mit dem Begriff der Dimension auseinandersetzen. Ganz allgemein gesprochen ist die Dimension ein mathematisches Konzept, welcher die Freiheitsgrade einer Bewegung im Raum darstellt. Was ein Raum ist, nämlich eine Menge mit gegebener Struktur, das haben wir im ersten Kapitel schon gelernt. Und hier müssen wir noch eine Unterscheidung machen. Freiheitsgrade in der Statistik bezeichnen die überflüssigen Messpunkte, die nicht mehr benötigt werden, um die Parameter eines Modelles darzustellen. Im Gegensatz dazu stehen die sechs Bewegungsformen in der Physik, wo die Definition eine leicht andere ist. Ich habe Ihnen die Freiheitsgrade hier nochmal ein bisschen dargestellt, also die Anzahl N unabhängiger Beobachtungen einer Messung, zum Beispiel jede unserer täglichen Aktienrenditen, abzüglich der für das Modell benötigten schätzbaren Parameter P, wird in der Statistik als die Anzahl der Freiheitsgrade D, DOF oder einfach wie hier DF bezeichnet. Wenn wir jetzt als Beispiel ein multiples Regressionsmodell nehmen mit K Betas und eben einem Achsenabschnitt, dann haben wir eben K plus 1 Parameter, die wir schätzen müssen. Und nachdem wir N Beobachtungen haben, haben wir einfach N minus P Freiheitsgrade. Und wenn wir das K plus 1 da einsetzen, sind die Freiheitsgrade in der Statistik definiert als N minus K plus 1. Wir beginnen hier erst einmal mit allgemeinen Aussagen über den Begriff der Dimension. Für die Dimension gibt es keine einheitliche Definition. Es gibt jedoch sehr viele anwendungsbezogene Definitionen des Begriffs der Dimension, zum Beispiel die Hamel-Dimension, die Sie bei Vektorräumen sicher in Ihrem Ingenieursstudium schon einmal kennengelernt haben. Es gibt die Hilbert-Raum-Dimension. Ein Hilbert-Raum ist für Orthogonal-Basen und dazu kommen wir im Kapitel zur Signaltheorie nochmals, wenn wir über das Konzept von Wavelets sprechen. Es gibt die Dimension einer Mannigfaltigkeit. Das ist ein topologischer Raum, der lokal einem euklidischen Raum ähnelt. Da können Sie zum Beispiel ein Möbius-Band nennen. Wir haben die Dimension eines metrischen Raumes. Hier kommen wir zu unserer Hausdorf-Dimension. Das heißt, wir sprechen darüber noch. Und es gibt die sogenannte topologische Dimension. Und hier sprechen wir über die Lebeschke Überdeckung, die wir uns als nächstes anschauen werden. Und es gibt natürlich fraktale Dimensionen, denen wir uns auch noch widmen werden. Das heißt, Sie sehen, es gibt nicht nur eine Dimension, so wie man das vielleicht im normalen Leben annehmen würde. Es gibt ganz verschiedene Dimensionsbegriffe und einigen davon werden wir uns im Näheren widmen. Wir beginnen hier sofort und zwar mit der Überdeckungsdimension von Lebesch. Um zu verstehen, was denn nun fraktale Dimensionen sind und wie wir diese Fraktale denn messen können und was ein Fraktal überhaupt darstellt, fangen wir erst einmal an zu verstehen, was denn überhaupt eine Dimension ist. Hierzu fangen wir erst einmal an mit der klassischen topologischen Charakterisierung der Dimension. Ich zitiere das jetzt hier einfach mal. Ein topologischer Raum hat die Dimension n. Wenn n die kleinste natürliche Zahl ist, derart, dass zu jeder offenen Überdeckung eine feinere offene Überdeckung existiert, sodass jeder Punkt aus diesem topologischen Raum in höchstens n plus 1 der Mengen der feineren Überdeckungen liegt. Gibt es solch ein n nicht, ist die Dimension unendlich. Das macht jetzt natürlich für die meisten von uns perfekten Sinn. Das versteht jeder trivial. Können Sie sich selbst herleiten? Natürlich nicht. Wir gehen jetzt hier noch mal näher darauf ein. Und zwar fangen wir erst mal damit an zu sagen, dass die Dimension eines topologischen Raumes mit dem Dim-Operator bezeichnet wird und sprechen erst mal darüber, was denn überhaupt eine offene Überdeckung ist. Wir nehmen jetzt hier unseren topologischen Raum und wir sagen, dass U eine offene Überdeckung dieses Raumes ist. Und wir nehmen diesen Raum und überdecken ihn so lange, bis der komplette topologische Raum aus der Vereinigung dieser Überdeckungen besteht. Und wir sagen, es gibt die Überdeckungen V und die sind feiner als die vorherigen Überdeckungen U, wenn jedes V in irgendeinem U enthalten ist. Das klingt jetzt natürlich weiterhin sehr, sehr kryptisch. Das bedeutet, wir überdecken einen topologischen Raum so lange, bis dieser topologische Raum die Vereinigung der Überdeckungen ist. Und wir definieren eine feinere Überdeckung als eine Überdeckung, die in einer anderen Überdeckung enthalten ist. Das macht natürlich Sinn. Wir werden auf der nächsten Folie auch gleich sehen, was es damit auf sich hat. Ich möchte Ihnen allerdings erst mal einige Beispiele hierfür geben. Es gibt hier endliche Hausdorfräume, diskrete Räume, das Kantorsche Diskontinuum oder das Einheitsintervall, das der eine oder andere sicher schon mal gehört hat. Und ich zeige Ihnen das jetzt hier einfach mal, indem wir nochmal sagen, dass eine Familie von Teilmengen eine Überdeckung ist, sofern eben diese Menge überdeckt wird von der Vereinigung dieser Teilmengen. Okay, sehr kryptisch, sehr verwirrend, machen wir ein Bildchen draus. Sie haben hier links oben einen Punkt. Und wir haben eine Überdeckung, das ist hier unser Kreis. Und dieser Kreis überdeckt den Punkt komplett. Wir haben aber keine Schnitte, also haben wir hier die Dimension von 0. Wenn wir jetzt links unten unseren Graphen angucken, unsere Linie, unsere geschwungene Linie, nenne ich das jetzt hier mal, dann nehmen wir auch diese Überdeckungen. Diese Überdeckungen sind Teilmengen. Und wir sehen hier die grauen Scheiben, die hier übereinander gelagert sind, um eben alles, was auf dieser Linie liegt, einzuschließen. Und wir sehen, okay, die schneiden sich, anders bekommen wir das nicht hin. Also wenn wir hier einen Schnitt zweier Teilmengen haben, ist die Dimension 1. Und ich habe Ihnen hier rechts unten ein anderes Beispiel angefügt, was Sie sich selbst zu Hause auf einem Blatt Papier mal vorstellen können. Sie malen sich jetzt ein Quadrat und Sie versuchen mit einem Kreis, oder Sie machen das im PowerPoint, da geht es natürlich schöner. Sie machen ein Quadrat und dann nehmen Sie einen Kreis und versuchen mit diesem Kreis, mit dieser Scheibe, das Quadrat zu überdecken. Sie werden feststellen, dass es Ihnen nicht möglich sein wird, mit einem kleinen genügend Kreis, das ist ja auch dann später die Aufgabe, diese Kreise so klein wie möglich zu machen, das Quadrat zu überdecken, ohne dass sich drei dieser Kreise schneiden müssen. Wenn sich drei dieser Kreise schneiden, haben wir zwei Überlagerungen, deswegen ist die Dimension hier zwei. Das klang jetzt wahrscheinlich für die meisten sehr verwirrend, deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Die Überdeckungsdimension nach Lebesgue funktioniert folgendermaßen. Wir haben ein Objekt, was wir überdecken wollen. Hier ist es entweder unser Punkt, unsere Linie oder unsere Fläche. Hier bleiben wir hier mal bei der Fläche und Sie möchten mit einer gewissen Teilmenge davon, in dem Fall hier diesen Kreisen, mit diesen Kreisscheiben, die Fläche überdecken. Das können Sie hier wörtlich nehmen und Sie versuchen jetzt einen Kreis derselben Größe zu kopieren und so anzuordnen, dass die Fläche eben komplett überdeckt ist. Und Sie werden feststellen, dass Sie das nicht schaffen, ohne dass es gewisse Überlagerungen gibt, sodass eben jedes Element der Fläche überdeckt ist. Und Sie nehmen einfach die Anzahl der Überschneidungen dieser Überdeckungen und geben dem den Namen Dimension. Was hat das jetzt mit den feineren Überdeckungen auf sich? Natürlich ist es möglich, in einer dieser Kreisscheiben einen kleineren Kreis einzufügen und dennoch alles zu überdecken. Das ist so die Grundherangehensweise in der Topologie. Ich erspare Ihnen jetzt hier die mathematischen Details, wie man das denn zeigen kann, dass das möglich ist für gewisse topologische Räume. Wir bleiben hier einfach bei der, ich sage es mal, laienhaften, bildhaften Darstellung, indem wir einfach Scheibchen über Flächen legen und einfach zählen, wie oft diese sich überlagern. Es wird Ihnen auch nicht möglich sein, diese Scheiben so anzuordnen, dass diese sich nicht überlagern, wenn Sie eine zweidimensionale Oberfläche haben, also ein Quadrat. Und das können wir hier an diesem Bild nochmal sehen. Wenn Sie jetzt einen, nehmen Sie hier einen Punkt, den können Sie einfach so ohne Überschneidung einfügen, wenn Sie eine Linie haben, haben Sie Überschneidungen und wenn Sie Flächen haben, haben Sie sogar zwei oder mehrere Überschneidungen und so können Sie den allgemeinen Begriff der Dimension, so wie Sie ihn in der Schule auch mal gelernt haben, so wie er für uns eingänglich ist. Sie sehen hier, wenn wir hier einen Punkt haben, der hat in dem Fall gar keine Dimension, eine Linie hat eine Dimension, ein Quadrat ist zweidimensional, ein Würfel ist dreidimensional, das sind die Dimensionswerte, an die wir in der euclidischen Mathematik und in der euclidischen Geometrie auch gewöhnt worden sind. Wir werden allerdings noch sehen, dass das nicht immer der Fall sein muss. Um dies zu zeigen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Hausdorf-Dimension und um eine Hausdorf-Dimension überhaupt darstellen zu können, müssen wir nochmal einen kurzen Abstecher in die Räume machen, genauer gesagt in einen metrischen Raum. Da die Hausdorf-Dimension auf metrischen Räumen definiert ist, müssen wir diese metrischen Räume erst einmal einführen und unter einem metrischen Raum versteht man eine Menge, auf der eine Metrik definiert ist. Das hilft uns jetzt natürlich wie immer sehr viel, dass ein metrischer Raum ein Raum ist mit einer Metrik und ein Raum ist eine Menge mit Struktur. Das sagt uns erstmal noch nicht sehr viel. Was ist denn überhaupt eine Metrik? Eine Metrik ist eine Abstandsfunktion, die je zwei Elementen des Raumes einen nicht negativen reellen Wert zuordnet, der als Abstand der beiden Elemente voneinander aufgefasst werden kann. Das sagt uns jetzt natürlich schon viel mehr. Das heißt, wir haben einen Raum, das ist eine Menge mit Struktur, in dieser Menge sind Elemente enthalten und wenn wir eine Metrik anwenden, können wir sagen, das Element x ist von Element y so und so viel Einheiten entfernt. Wir sagen einfach mal, x und y liegen 42 auseinander. Wir können auch jede andere nicht negative reelle Zahl nehmen und diese als Abstand definieren. Wir stellen uns jetzt im Weiteren mal die Frage, was ist denn formal gesehen eine Metrik? Dazu nehmen wir unsere Lieblingsmenge x und eine Funktion, die x kreuz x auf r abbildet und nennen das eine Metrik auf x, wenn für beliebige Elemente, die in unserer Lieblingsmenge x eben enthalten sind, und gewisse Axiome erfüllt sind. Zu diesen Axiomen gehört die positive Definiertheit, die Symmetrie und die Dreiecksungleichung. Was bedeutet das denn jetzt? Die positive Definiertheit bedeutet, dass die Metrik größer gleich 0 sein soll und dass, wenn die Metrik gleich 0 ist, der Punkt x oder das Element x gleich dem Element y entspricht. Symmetrie bedeutet in diesem Fall, dass der Abstand, den wir haben von x zu y, gleich dem Abstand von y zu x sein soll. Und die Dreiecksungleichung bedeutet, wenn ich von x zu y laufe, dann sollte das ungefähr das gleiche sein oder es sollte kleiner sein, wie wenn ich von x zu z laufe und von z zu y laufe. Das ist natürlich ein längerer Weg, wie wenn ich natürlich von x zu y laufe. Es sei denn, unser z liegt direkt auf dem Weg von x zu y, dann ist das natürlich gleich. Aber ansonsten sollte das natürlich jedem Sinn machen. Wir machen auf dem Weg zur Haushoff-Dimension weiter und machen einen kurzen Exkurs und zwar zum Zusammenhang normierter Räume und Vektoren. Da die meisten Kursteilnehmer hier aus den Ingenieurswissenschaften sind, habe ich mir gedacht, ich zeige Ihnen das komplett. Programmierung läuft auch meistens über Vektoren und daher machen wir hier eine kurze Abweichung vom Kurs und zwar wirklich nur eine sehr kurze. Und wir sagen, jede Norm auf einem Vektorraum induziert die Festlegung, die hier eben steht, als Metrik. Genau, und somit ist jeder normierte Vektorraum auch ein metrischer Raum. Dieses Bild habe ich Ihnen schon mal in der ersten Vorlesung gezeigt und habe gesagt, wir kommen da nochmal drauf zurück. Und das tun wir hier natürlich auch. Sie sehen hier, wir fangen auch wieder ganz unten an, den allgemeinen Raumbegriff durch eine Topologie, durch einen topologischen Raum und der muss nicht abgeleitet sein von, stellt aber auf jeden Fall auch einen metrischen Raum dar. Ein metrischer Raum, wie wir gerade gelernt haben, erlaubt Abstände zwischen Elementen zu messen und wenn wir nun auf einen normierten Raum das runterbrechen, sind wir im Bereich der Vektoren, die Sie in den Ingenieurswissenschaften sicher schon mal kennengelernt haben und ein Skalarprodukt, das ist Basismathematik, das kennt, denke ich, jeder. Wenn wir die Rolle jetzt rückwärts machen, ein Skalarprodukt setzt zwingend einen normierten Raum voraus und dieser setzt zwingend eine Metrik voraus, also einen metrischen Raum und um einen metrischen Raum haben zu können, benötigen wir oder induzieren wir garantiert einen topologischen Raum. Das heißt, wir sehen hier eine Hierarchie der Räume. Das soll es auch schon sein mit unserem Exkurs und wir beschäftigen uns jetzt tatsächlich, der Weg ist abgeschlossen, wir beschäftigen uns jetzt mit der Hausdorf-Dimension. Was ist denn jetzt nun diese Hausdorf- oder Hausdorf-Besikowitsch-Dimension, über die wir hier die ganze Zeit sprechen? Mit dieser Dimension kann man jedem beliebigen metrischen Raum eine Dimension zuordnen. Das heißt, für euklidische geometrische Objekte, zum Beispiel Strecken oder Vielecke, nimmt hier der Wert der Hausdorf-Dimension den des gewöhnlichen Dimensionsbegriffes an. Das bedeutet, dass hier die Hausdorf-Dimension gleich der Überdeckungsdimension nach Lebesk ist. Allerdings haben wir hier einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Dimensionen. Die Hausdorf-Dimension kann auch rationale oder irrationale Zahlen annehmen und dient somit als Maß für fraktale Dimensionen. Was heißt das jetzt? In unserem klassischen Denken nehmen wir an, wir haben ganzzahlige Dimensionen, Punkt 0, eine Linie 1, eine Fläche zweidimensional, der Würfel dreidimensional. Das ist so die Denkwelt, die euklidische geometrische Denkwelt, die wir so von klein auf kennengelernt haben. Ich werde jetzt, und das ist auch der Punkt geistiger Flexibilität und ich möchte Ihren Horizont erweitern, ich werde jetzt Ihnen dieses Denken in ganzzahligen Dimensionen einfach mal nehmen und ich werfe jetzt in den Raum, es gibt gebrochene Dimensionen. Und ganzzahlige Dimensionen, so wie wir sie aus der euklidischen Geometrie kennen, so wie wir sie in der Schule kennengelernt haben, sind eigentlich ein Spezialfall, den es in unserer gelebten Realität so gar nicht wirklich gibt. Wie definieren wir denn jetzt eine Hausdorf-Dimension? Was können wir damit anfangen? Wie kommen wir da dazu? Wir fangen hier erst einmal an und wir nehmen eine beliebige Punktmenge in einem endlichen dreidimensionalen Raum zur weiteren Einführung. Ich denke, das kann sich jeder noch vorstellen. Das bedeutet, Sie haben einfach einen Würfel, so einen klassischen 3D-Würfel, in dem eben eine Punktewolke umherwabert, um es mal ein bisschen lyrisch auszudrücken. Also wir haben einen dreidimensionalen Raum und in dem befindet sich eine vordefinierte Punktemenge. Und wir betrachten jetzt die Anzahl n der Kugeln mit dem Radius r, die mindestens erforderlich sind, um die Punktemenge zu überdecken. Und das resultiert in einer Mindestanzahlfunktion n in der Abhängigkeit von r. Das heißt natürlich, die Anzahl der Kugeln, die wir benötigen, um diese Punktemenge zu überdecken, ist abhängig vom Radius. Ich glaube, das macht Sinn. Da wird mir jeder noch zustimmen können. Und was wir in der Überdeckungsdimension nach Lebesgue gelernt haben, ist, wir können Scheiben nehmen, um 0- bis 2-dimensionale Körper zu überdecken. Und das Ganze geht natürlich auch mit einer Punktewolke im dreidimensionalen Raum, nur dass wir da mit Scheiben nicht mehr wirklich weit kommen, sondern wir nehmen da jetzt halt Kugeln dazu. Die Didaktik ist hier aber die gleiche. Wir nehmen Kugeln und wir stapeln die Kugeln so lange aneinander, ineinander, umeinander, bis diese Punktemenge völlig umschlossen ist. Und natürlich ist die Folge von dieser Mindestanzahlfunktion, dass je kleiner der Radius ist, desto mehr Kugeln brauche ich natürlich auch, weil die Kugeln ja kleiner werden. Und aus der Potenz, mit der der Limes gegen 0 wächst, kann man eben die Hausdorf-Dimension berechnen. Wir berechnen das eben folgendermaßen. Man kann diese Anzahlfunktion grob approximieren, mit dem wir 1 geteilt durch r zur Potenz d rechnen. d ist hier die Dimension, die wir betrachten wollen. Und wenn wir das über eine Limes-Funktion auflösen, definiert sich formal die Hausdorf-Dimension als der negative Limes der logarithmierten Anzahl an Kugeln durch den logarithmierten Radius der Kugeln, sofern wir den Radius gegen 0 laufen lassen. Das bedeutet natürlich, um es zusammenzufassen und um von dem Kugelbeispiel erstmal nochmal wegzugehen, zurück zu unseren Scheiben, dass wir die Scheiben nicht nur willkürlich groß machen können, weil dann würden wir auch in unserem Würfel nur eine Kugel brauchen, und zwar eine Kugel, die größer ist wie der Raum selbst. Oder eben größer wie die Punktewolke, dann können wir sagen, boah, wir haben eine Kugel, da passt alles rein. Solche Ansätze gibt es natürlich auch, dass wir die Kugel dann schrumpfen lassen und so lange schrumpfen lassen, bis wir gerade noch so diese Punktewolke beinhalten. Wir machen das jetzt aber andersrum. Wir sagen, wir nehmen Kugeln und versuchen diese Punktemenge zu überdecken, und diese Kugeln lassen wir immer kleiner werden, und zwar wir lassen den Radius gegen 0 laufen und gucken, im Grenzfall, wie viele Kugeln davon brauchen wir denn, und wenn wir dann den logarithmierten Kugelanzahl durch die logarithmierte, limesgetriebenen Radius laufen lassen, und davon das Negativ, dann haben wir eine Dimension. Ich habe Ihnen hier mal ein greifbareres Beispiel, für diejenigen, die sich keine höherdimensionalen Körper ineinander verschachtelt vorstellen können, aufgeführt, und zwar wir kommen zurück zu einem Quadrat, und wir versuchen das Quadrat jetzt nicht durch Kugeln zu überdecken, sondern durch andere Quadrate zu überdecken, und wir sehen hier, dass ein Quadrat sich aus 9 Quadraten von jeweils einem Drittel Seitenlänge des Gesamtquadrats zusammensetzen lässt, und was bedeutet das jetzt? Wir haben dieses große Quadrat, und wir brauchen 9 Quadrate mit einem Drittel der Seitenlänge des großen Quadrates, um dieses große Quadrat zu überdecken, und wenn wir das jetzt in unsere Dimension hier einsetzen, haben wir den Logarithmus von 9, geteilt durch Logarithmus 3 gibt die Dimension von 2. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Hausdorf-Dimension gleich der Überdeckungsdimension von Lebesgue ist. Wir haben ja vorher gesehen, wenn wir jetzt das hier besagte Quadrat mit Kreisscheiben überdecken wollen, dass wir mindestens eine Überschneidung, oder hier sogar zwei Überschneidungen der Überdeckungen bekommen, und auch bei einer Dimension, bei einer Integerdimension, also bei einer ganzzahligen Dimension von 2 rauskommen. Das heißt, hier sind die Dimensionsbegriffe identisch. Wir werden aber noch lernen, dass für fraktale Konstrukte, für fraktale Körper, dies nicht mehr der Fall sein wird. So, das war jetzt eine Möglichkeit, die Hausdorf-Dimension zu bestimmen. Das war jetzt allerdings nicht unbedingt eine feine mathematische Art und Weise. Mathematisch nutzt man hier das sogenannte Hausdorf-Maß. Exakte Definition der Hausdorf-Dimension einer beschränkten Teilmenge erfolgt über das Hausdorf-Maß h, das jeder Menge zu jeder Dimension zugeordnet wird. Was heißt das jetzt? Wir haben eine beschränkte Teilmenge x, die schwimmt im n-dimensionalen reellen Raum herum, und für jede Menge jeder Dimension wird ein Maß s zugeordnet. Und die Hausdorf-Dimension dieser Teilmenge ist demnach definiert als das Infimum aller möglichen Dimensionen, die jeden Mengen zugeordnet wurden, für die eben das Maß 0 ist, oder äquivalent dazu das Supremum aller möglichen Dimensionen s, für die eben dieses Hausdorf-Maß unendlich ist. Das kann man hier unten nochmal sehen formal. Und wir stellen jetzt uns mal die Frage, was bedeutet das denn? Also für eine feste Dimension haben Mengen, deren Hausdorf-Dimension kleiner ist als diese Dimension, das s-dimensionale Maß 0, während Mengen größere Dimensionen unendliches s-dimensionales Maß haben. Formal können Sie die Definition hier unten nochmal sehen. Ich springe jetzt hier schon mal eine Folie weiter. Hier können wir dann natürlich sehen, worauf das alles rausläuft. Wie soeben gezeigt, kann die Hausdorf-Dimension über das Hausdorf-Maß definiert werden, welches fast überall 0 oder unendlich ist. Also wir ordnen jeder Menge eine Dimension zu und berechnen eben für diese Dimension dieser Menge das Hausdorf-Maß. Und wir haben gesehen, dieses Maß ist entweder 0 oder unendlich, fast überall. Und was ist denn jetzt die Hausdorf-Dimension? Weil wir haben ja gesehen, es funktioniert. Unser Quadrat hatte die Dimension 2. Und zwar ist es folgendermaßen, dass die exakte Sprungstelle zwischen 0 und unendlich hier die Hausdorf-Dimension darstellt. Die Hausdorf-Dimension ist deshalb auch eine fraktale Dimension, da sie nicht nur natürliche Werte annehmen kann, also nicht nur ganze Zahlen, sondern die Hausdorf-Dimension kann durchaus gebrochene Werte annehmen, also rationale oder irrationale Werte. Und somit ist sie eine gebrochene Dimension, welche wir als fraktale Dimension bezeichnen. Wie andere fraktale Dimensionen verallgemeinert die Hausdorf-Dimension damit den Dimensionsbegriff. Das bedeutet, wir haben nicht nur ganzzahlige Dimensionen, 1, 2 und 3, so wie wir das in der Schule gelernt haben und wie das so unsere natürliche Wahrnehmung ist, sondern es gibt gebrochene Dimensionen, die da dazwischen liegen, wie wir später noch sehen werden. Die nächste Dimension, die ich Ihnen hier als fraktale Dimension vorstellen möchte, ist die sogenannte Box-Counting-Dimension. Bei der Box-Counting-Methode überdeckt man die Menge mit einem Gitter einer spezifizierten Breite Epsilon. Also Sie sehen, wir machen Fortschritte, wir sind immer noch dabei, Mengen zu überdecken, aber wir entwickeln uns weiter. Wir nehmen jetzt nicht mehr nur irgendwelche Kugeln oder Scheiben, sondern wir nehmen gleich ein ganzes Gitter mit einer spezifizierten Breite Epsilon. Und wenn jetzt nun die Funktion n von Epsilon die Anzahl von der Menge belegten Boxen darstellt, so ist die Box-Dimension wie folgt eben unten definiert. Ich habe ja vorher schon mal den Witz gemacht, wir können die Kugeln ja groß genug machen und die dann schrumpfen. Die Box-Counting-Dimension macht das noch viel einfacher. Die sagen, okay, hier ist meine Menge, ich lege da einfach mal ein Gitter drüber und zähle die Boxen, die diese Menge eben belegt. Also mal nach Zahlen für Fortgeschrittene, aber hier bekommen wir eben auch ein reliables Fraktales-Dimensionsmaß. Ich habe Ihnen ja am Anfang vom Kurs angekündigt, dass ich Ihnen geistige Flexibilität abverlange, dass wir einen Blick über den Tellerrand machen und auch, dass das Thema Fraktale ein sehr exotisches und spezielles Thema ist. Und das werde ich Ihnen hier gerade mal unter Beweis stellen, und zwar mit unserer vorletzten Dimension, die ich Ihnen hier vorstellen werde, und zwar die Minkowski-Dimension, welche im Gegensatz zur Box-Counting-Dimension nicht hergeht und sagt, okay, wir legen da ein Gitter drüber und zählen die Boxen, die eben unsere Punktemenge belegt, sondern bei der Minkowski-Dimension umgibt man eine Menge f mit einer sogenannten Minkowski-Wurst, der dicke Epsilon, und misst deren n-dimensionales Volumen. Und dann kann man eben, wie unten dargestellt, die Dimension definieren, und das klingt jetzt natürlich interessant. Interessant deshalb, weil wir gleich mal einen Test Ihrer geistigen Vorstellungsfähigkeit machen werden. Stellen Sie sich doch mal einen n-dimensionalen Raum vor. In diesem n-dimensionalen Raum befindet sich eine Punktemenge oder eine Punkte-Wolke, und um diese Punkte-Wolke wickeln Sie jetzt eine Wurst, der dicke Epsilon, und messen deren n-dimensionales Volumen, damit Sie eine Dimension definieren können, die eben diese Menge aufweist. Das klingt interessant. Wir sind hier in den Urtiefen der Verpackungstheorie und ich habe es mir mal zur Aufgabe gemacht, Ihnen eine solche Minkowski-Wurst plakativ darzustellen. Das sind hier diese grünen Kugeln mit einer blauen Verpackung außenrum. Deswegen heißt dieses Konstrukt auch Wurst. Natürlich gibt es ja nicht nur Würste, sondern es gibt auch sogenannte Minkowski-Cluster. Das bedeutet, dass man die Elemente, die in der Wurst vorhanden sind, auch zusammenkneten kann. Das heißt, die Dichte innen drin wird höher. Und das führt uns mathematisch schon an unsere Grenzen. Und da gibt es auch einen Begriff dazu, und zwar die sogenannte Minkowski-Wurst-Katastrophe. Und das ist eine Katastrophe deswegen, wenn Sie sich das obere Bild ansehen, haben Sie einmal eine Minkowski-Wurst und ein Minkowski-Cluster, das eben aus dieser Wurst entstehen kann. Jetzt haben wir mathematisch allerdings das Problem, dass für höhere Anzahlen an Wurstelementen das Cluster dichter ist als die Wurst selbst und wir da beim Dimensionieren und beim Dimensionenmessen Probleme bekommen können. Und bisher ist hier noch keine Optimierung gefunden worden. Das heißt, Sie sehen hier gerade schon den Rand der Forschung, dass wir eine Minkowski-Wurst-Katastrophe haben und fraktale Dimensionen nicht mehr ordentlich messen können, wenn wir Punktewolken in dimensionalen Räumen haben, welche von eben solch einer Minkowski-Wurst umschlungen werden müssen, um gemessen zu werden. Sie können natürlich gerne im Nachgang dieser Veranstaltung über dieses Problem nachdenken. Wenn Ihnen eine passende Lösung einfällt, können Sie dazu gerne selbst ein Research Paper veröffentlichen. Ich denke, das wird auch ein sehr interessantes Stück Literatur. Wir fahren jetzt jedoch fort mit unserer letzten fraktalen Dimension, die eigentlich gängig ist. Das ist die sogenannte Ähnlichkeitsdimension. Und zwar Mengen, die aus n um den Faktor ε kleiner 1 verkleinerten Versionen ihrer selbst bestehen, heißen selbst ähnlich mit der Dimension Logarithmus n durch Logarithmus ε. Und diese Methode wird meist bei iterierten Funktionssystem-Fraktalen angewandt. Sogenannte IFS-Fraktale, die werden wir noch kennenlernen. Das sind quasi Fraktale, die rekurrent immer nach demselben Bildungsmuster erzeugt werden können. Und was sagt uns denn diese Ähnlichkeitsdimension? Das ist einfach eine Dimension, die meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach intuitiv dem Fraktal am nächsten steht. Und zwar, wir nehmen einen Körper, verkleinern ihn und setzen ihn auf den anderen Körper drauf. Und wenn wir jetzt natürlich ein klassisches Fraktal haben, was natürlich auch verkleinerte Versionen seiner selbst enthält, ist diese Dimension meiner Meinung nach am eingänglichsten und steht aber gleichwertig neben den anderen. Was ich gerade gesagt habe, die IFS-Fraktale, was ist das denn? Wir haben ganz am Anfang in der Autokorrelation die Verkettung von Funktionen kennengelernt und wenn wir jetzt natürlich eine Funktion mit sich selbst verketten, dann nennt man das Iteration. Und in der Theorie der dynamischen Systeme sowie auch in den Computerwissenschaften und in der angewandten Programmierung bezeichnet man als Iteration die wiederholte Anwendung derselben Funktion oder derselben Vorgangs. Das können Sie wie hier unten als f hoch n darstellen, was definiert wird als eben die Verkettung von f mit f mit f. Beachten Sie bitte das mathematische Gebiet, in dem Sie sich befinden. Hier ist f hoch n nicht die n-te Ableitung, sondern die n-te Verkettung der Funktion f mit sich selbst. Das heißt, wir wenden die Funktion f auf eine Variable x an und dieses Ergebnis wieder und wieder und wieder eben je nachdem, wie oft wir das machen und wie oft wir iterieren. Man kann hier anhand der sogenannten Orbits, das ist quasi eine Familie von Funktionen, die auf sich selbst angewandt werden, das heißt, alle Realisationen, die bei häufigerem Anwenden auftreten, anhand derer, anhand dieser Orbits kann man das Langzeitverhalten dieser Funktion beobachten. Wir werden das noch lernen, wenn wir unseren Abstecher in chaotisches Verhalten machen. Das wird aber nur ein kleines Randthema sein, da ich die nicht-linearen dynamischen Systeme und Chaos Theorie als etwas zu anspruchsvoll und zu umfangreich für den Kursrahmen wahrgenommen habe. Da kann man vielleicht, wenn das Interesse besteht, ein eigenes Fach dazu anbieten. Wir hier in diesem Kurs fangen jetzt tatsächlich mal an, uns mit wirklichen Fraktalen zu beschäftigen. Was sind denn Fraktale? Wir haben jetzt sehr viel Dimensionen gemacht, aber was ist denn nun ein Fraktal? Und wir fangen hier mit dem sogenannten Koch-Terragon an. Das ist eine der bekanntesten sogenannten Monsterkurven und die wurde von Helge von Koch 1904 als Beispiel einer überall stetigen, aber nirgendwo differenzierbaren Kurve vorgestellt und ist auch als Kochsche Schneeflocken Kurve bekannt oder schlicht Kochsche Schneeflocker. Die Kurve kann als iterativer Prozess über ein L-System konstruiert werden. Darauf gehen wir hier eigentlich gar nicht näher ein. Das ist nur, sollten Sie das in der Literatur einmal aufschnappen und ich möchte Ihnen bevor ich diese Kurve tatsächlich vorstelle Ihnen einige Parameter mitgeben. Einmal die Kurvenlänge nach der Enden Iteration das ist 4 durch 3 hoch n. Das bedeutet je weiter wir iterieren desto länger wird diese Kurve und im Grenzwert hat diese Kurve eine unendliche Länge. Der Flächeninhalt liegt bei 9 Fünftel wenn wir unter dieser Kurve eben den Flächeninhalt bestimmen und jetzt sind wir endlich so weit festzustellen dass die Hausdorf Dimension des Koch-Terragons bei 1,26 liegt in etwa und das ist schon mal eine Feststellung die Sie in Ihrer Schulmathematik wahrscheinlich nicht gelernt haben dass wir eine Kurve kennengelernt haben die eine Dimension von 1,26 aufweist also eine gebrochene Dimension die weder zweidimensional ist das heißt es ist noch keine Fläche aber eine eindimensionale Kurve ist es auch nicht es ist irgendwas zwischendrin und dem gehen wir jetzt erstmal näher auf den Grund und zwar ich zeige Ihnen erstmal wie man diesen Koch-Terragon erzeugt Sie haben hier Ihre Strecke A bis E und was Sie jetzt machen Sie nehmen das mittlere Drittel B D raus und ersetzen eben dieses Stück durch zweimal dieses Stück und zwar so dass die Strecke BC ist genauso lang wie die Strecke B D in einem 60-Grad-Winkel nach oben zeigt und CD genauso das heißt Sie haben hier ein Dreieck B D und C und damit ersetzen Sie quasi dieses Stück B D was Sie hier rausgenommen haben das heißt es bleibt übrig der Weg A B C D E und der Weg von B nach D den nehmen Sie raus das ist die erste Iteration was machen Sie nehmen das Stück A und B und machen genau dasselbe Sie nehmen das Drittel von A und B raus und bauen wieder so ein Dreieck rein das sehen Sie hier ich habe Ihnen hier mal aufgezeigt wie Sie diesen Koch Teragon bilden können mittleres Drittel wird rausgenommen dieses mittlere Drittel wird im 60-Grad-Winkel so angeordnet dass Sie hier ein Dreieck haben und dann machen Sie das mit jedem Teilstück immer und immer und immer wieder das ist so eine sogenannte Iteration und das ist ein Bildungsgesetz eines Fraktales Sie sehen hier wie diese Schneeflocke entsteht und lassen Sie sich das einfach mal durch den Kopf gehen ich habe Ihnen hier nochmal eine höhere Iteration vorgestellt und Sie sehen dass die Oberfläche eigentlich immer rauer wird und Sie sehen dass die Strukturen immer feiner werden und Sie sehen warum die Länge dieser Kurve gegen unendlich wandert wenn wir das immer und immer weiter betreiben aber gleichzeitig unter der Kurve ein endlicher Flächeninhalt bestehen bleibt ich habe Ihnen hier nochmal nicht nur den Koch Terragon sondern tatsächlich die Schneeflocke aufgezeigt da fangen Sie halt mit drei Seiten an Sie nehmen aber die gleiche Struktur weise Sie nehmen das mittlere Drittel raus ersetzen es durch dieses Dreieck und das machen Sie immer und immer und immer habe ich immer schon gesagt immer wieder das heißt Sie iterieren durch diesen Generator mittels eines Bildungsgesetzes und erhalten eben diese Strukturen ich habe Ihnen hier nochmal eine richtige Schneeflocke ausgegeben die können Sie sich in Ruhe mal anschauen und Sie können auch sehen wie granular detailliert diese Ränder eben werden Mandelbrot hat damals diese Kurve dazu genommen um die Länge der Küste von Großbritannien zu schätzen und eben eben auch in seinem fantastischen Werk Fraktale Geometrie der Natur diese Kurven und diese ich sage es mal mathematischen Monster vorzustellen weil zur damaligen Zeit als Helge Koch diese Kurve als Monsterkurve oder pathologische Kurve vorgestellt hat konnte sich ein Mathematiker nicht vorstellen dass es eine Kurve mit unendlicher Länge geben soll die man nicht differenzieren kann und die auch noch eine gebrochene Dimension besitzt das war neu und das mochte man nicht warum kann man das nicht differenzieren warum kann man hier keine Steigung bestimmen natürlich weil an jedem Punkt an dem sie diese Tangente anlegen möchten natürlich die nächste Iteration schon anfängt deswegen ändern die sich permanent deswegen ist es nicht möglich hier eine Differenzierung vorzunehmen ich lasse sie damit mal ein bisschen alleine und wir machen gleich mit unserem Stoff weiter wir fahren jetzt hier im kurs fort mit der nächsten kurve die sogenannte piano kurve die piano kurve ist nach giuseppe piano benannt und ist eine sogenannte raumfüllende kurve welche sich aus dem zuvor eingeführten koch terragon ableiten lässt sofern man die winkel dieses dreieckes oder dieser ersetzung dieses generators den wir kennengelernt haben entsprechend entert es kann allerdings auch ein anderer generator verwendet werden wie sie hier unten sehen wenn wir bei dem koch terragon einen operator oder einen generator verwenden und welcher hier eben dieses dreieck darstellt haben wir hier eben unten dieses kasten konstrukt das bedeutet die herangehensweise ist aber grundsätzlich dieselbe und zwar wir ersetzen jedes streckenstück durch dieses stück hier unten und wiederholen das und iterieren das immer und immer und immer wieder warum nennen wir jetzt die pianokurve eine raumfüllende kurve ich denke die iterations fortschritte die sie hier unten sehen können zeigen das schon mal dass diese kurve ohne sich selbst zu schneiden wohlgemerkt selbst schneidende fraktale existieren auch sind dann aber mathematisch ganz anders zu behandeln Sie sehen hier unten im letzten Bild dass doch die Fläche sich langsam ausfüllt es handelt sich aber immer noch um eine Kurve im Grenzfall füllt die pianokurve die Ebene und hat eine fraktale Dimension von 2 während ihre topologische Dimension immer noch 1 ist beachten Sie unten die Grafiken hier sehen wir das relativ deutlich ich stelle jetzt einfach noch mal die Frage in den Raum was sehen wir hier denn eigentlich wir sehen eine Iteration wir ersetzen ein Stück Linie durch eben dieses Kastengebilde und wiederholen das immer und immer wieder und dann kommen wir am Ende raus bei einer fast gefüllten Ebene und behaupten aber immer noch das ist eine Kurve das ist quasi das Computerspiel Nokia Snake für Fortgeschrittener was für Probleme tauchen denn damit auf was mit was für Problemen sind Mathematiker denn da konfrontiert gewesen jeder von ihnen kann sich vorstellen dass wenn wir diese Iteration hier immer weiter betreiben die Ebene halt irgendwann mal voll ist die Kurve unendliche Länge besitzt differenzierbar brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen aber sie sehen hier dass eine Kurve die eigentlich topologisch Dimension 1 ist hier die Dimension 2 annehmen kann und sie sehen Fraktale sind schon interessante Konstrukte mit denen wir auch wenn wir in die stochastischen Prozesse gehen weiter arbeiten können es ist nämlich auch möglich diese Koch Kurven und Peanokurven in eine braunische Molekularbewegung zu überführen das werden wir noch sehen wenn wir diese Konstrukte randomisieren bevor wir dazu allerdings kommen fahren wir erstmal mit den Eigenschaften von Fraktalen fort und wie kann ich sie denn messen die Skaleninvarianz habe ich ja vorher schon mal erwähnt und sie definiert sich folgendermaßen eine von der Variablen x abhängige Funktion f von x heißt Skaleninvariant wenn die wesentlichen Eigenschaften der Funktion sich unter einer Reskalierung also das x wird abgebildet und auf ein x was mit einem Skalenfaktor multipliziert wird nicht das bedeutet ich habe eine Funktion die dieses s x abbildet und ich kann diese Funktion hier rausziehen das bedeutet ich habe einfach eine Konstante mal f von x das bedeutet Skaleninvarianz zusammengefasst können wir hier einfach sagen diese Funktion ändert sich nicht egal ob ich sie auseinander ziehe zusammendrücke oder sonst irgendwie manipuliere diese Skaleninvarianz und diese Skalierungen werden uns im Kapitel über Signalanalyse nochmal über den Weg laufen wir halten jetzt aber erst einmal fest Fraktale sind Skaleninvariant und sie sind selbst ähnlich Selbstähnlichkeit bedeutet wenn bei unendlicher Vergrößerung des untersuchenden Objektes immer wieder die ursprüngliche Struktur erhalten wird ohne jemals eine elementare Feinstruktur zu erhalten dann sind wir selbst ähnlich und Skaleninvarianz und Selbstähnlichkeit ist bei natürlichen Fraktalen begrenzt bei mathematischen jedoch nicht was heißt denn das jetzt Selbstähnlichkeit heißt auf gut deutsch wir zoomen in dieses Konstrukt rein wir vergrößern es wir vergrößern es wir vergrößern es und es sieht so aus wie wenn wir nie reingezoomt hätten weil wir genau dasselbe sehen sie müssen jetzt hier natürlich unterscheiden zwischen rein mathematischen Fraktalen so wie unsere IFS Fraktale dazu gehört das Koch Teragon genauso und sie müssen natürlich zwischen diesen Fraktalen unterscheiden die in der Natur vorkommen wenn sie sich den Moodle Kurs genauer angesehen haben habe ich ihnen eine Warnung vor die Fraktale YouTube Videos gestellt und diese Warnung besagt wenn sie jemals wieder nach draußen blicken wollen wenn sie sich eine Blume betrachten wollen einen Baum betrachten wollen sich selbst betrachten wollen oder eben ihre Bedeutung auf diesem Planeten ihre Bedeutung im Universum und die Zusammenhänge die sie sich in ihrem Leben bisher erarbeitet haben dann müssen sie jetzt wirklich aufhören weil ich kann ihnen natürlich sagen wenn wir hier fortfahren werden sie überall nur noch Fraktale sehen weil Fraktale eben jegliches natürliches nicht vom Mensch gemachten Konstrukt darstellen kann und quasi die Erzeugungsmechanismen sind für das was wir sind und für das was die Welt um uns herum ist um ihnen das deutlich zu machen dass Fraktale selbst in ihrem Smartphone schon anfangen die Antenne die sie in ihrem Smartphone haben ist ein Fraktal sie selbst sind ein Fraktal ihr Gehirn ist Fraktal aufgebaut ihre Zellstruktur ist Fraktal ihre Blutbahnen sind Fraktal Bäume folgen fraktalen Mustern Wolken sind Fraktale die Verteilung von großen Bäumen zu Ästen in einem Wald sind Fraktal und wenn ins Extreme ziehen ist das Verhältnis von großen zu kleinen Bäumen gleich dem Verhältnis von Sternen im Universum so das war jetzt sehr abgedreht ich breche das nochmal in zwei drei Sätzen runter Fraktale beschreiben die Geometrie der Natur deswegen heißt das Buch von Vanoir Mandelbrot auch so jedes natürlich vorkommende Objekt was sie auf unserem Planeten oder im Universum finden können egal ob mikro oder makroskopisch ist Fraktal lassen sie sich das mal auf der Zunge zergehen während ich ihnen hier noch einige natürliche Fraktale zeige und wir sehen uns dann gleich wieder ein oder 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir nun mit unserer Vorlesung fortfahren, möchte ich doch noch mal auf die Bilder, die Sie eben gesehen haben, zu sprechen kommen. Sie haben gesehen, dass sämtliche natürlichen Objekte, die Sie in Ihrem realen Leben wahrnehmen können, fraktalen Mustern folgen. Sie haben auch gesehen, dass das Gehirn, welches Sie hoffentlich gerade benutzen, diesem Kurs zu folgen, ebenfalls aus Neuronen besteht, die fraktal aufgebaut sind. Und das ist besonders interessant, weil ja neuronale Netzwerke unserem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Deswegen ist das Kapitel Fraktale auch ein Bindeglied zwischen allem, was wir hier so fröhliches tun. Und ich schweife jetzt einfach mal ein bisschen ab und werfe die offene Frage in den Raum. Ob sie nun gläubig sind oder nicht, spielt hier einfach gar keine Rolle, sondern es ist einfach so, Mathematik ist eine Universumssprache. Und wir sehen anhand der Fraktale, dass der Bauplan der Natur auch skalinvariant ist, weil wenn das große Universencluster, was wir hier sehen können, ähnlich ist wie das Neuron, aus dem Ihr Hirn beschaffen ist, gibt es einem durchaus zu denken und lässt die Frage im Raum stehen, wo wir herkommen, wo stammen wir her, wie funktionieren wir und wieso sind wir so, wie wir sind? Und folgt das alles einem Bauplan, den wir nicht verstehen können? Oder ist das alles reiner Zufall? Diese Diskussion können Sie gerne mit sich oder Ihren Kommilitonen, Ihrer Familie führen. Darauf gehe ich jetzt einfach mal nicht weiter ein, sondern werde den Kurs hier weiterführen und zwar, wir werden uns jetzt damit beschäftigen, dass wir ja Fraktale, wir haben jetzt gelernt, wir können sie erzeugen und zwar mathematische Fraktale, die sich unendlich replizieren lassen, weswegen Fraktale auch wie eingangs gesagt ein Blick in die Unendlichkeit sind, während natürliche Fraktale halt eben auch Grenzen haben, aber wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie messen wir denn eigentlich ein Fraktal und dazu dient der Hörstexponent. Der Hörstexponent an sich entstammt als Kennzahl der Chaos-Theorie bzw. der Fraktalen-Geometrie, die von Bernouard Mandelbrot nach Hörst und Hölder benannt wurde. Was ist denn ein Hörstexponent? Der Hörstexponent ist ein Abhängigkeitsindex, restriktive eine relative Tendenz über das Verhalten einer Zeitreihe. Das klingt mal wieder unglaublich kryptisch und einleuchtend, deswegen definieren wir das nochmal ein bisschen anders. Der Hörstexponent ist ein Rauigkeitskoeffizient für Fraktale Oberflächen, welcher von der Fraktalen Dimension abhängt. Wir sehen hier, der Hörstexponent h ist nichts weiter als 2 minus die fraktale Definition, insofern die fraktale Dimension zwischen 0 und 2 liegt. Es ist auch möglich, einen Hörstexponent für höhere Dimensionen zu bestimmen. Das ist allerdings sehr komplex und das ist etwas ausufernd, deswegen beschränken wir uns hier einfach darauf, dass wir eine fraktale Dimension zwischen 0 und 2 betrachten. Das heißt, Fraktale in drei Dimensionen, so wie die, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe, behandeln wir hier nicht. Aber für unsere Kurven und auch natürlich für Finanzzeitreihen, die als Kurve betrachtet natürlich auch eindimensional sind und somit, selbst wenn wir für die Finanzzeitreihen fraktale Dimensionen berechnen würden, die Dimension von 2 nicht überschreiten könnten. Daher ist der Hörstexponent für das, was wir hier machen, durchaus geeignet und mehr brauchen wir im Moment auch nicht. Ich habe es gerade schon erwähnt, Hörstexponenten bei Finanzzeitreihen angewandt auf Aktienrenditen. Bitte verwenden Sie hier keine Preise, nehmen Sie die Aktienrenditen. Hier kann man feststellen, ob die Zeitreihe nun fraktalen Mustern folgt. Das heißt, der Hörstexponent ist über 0,5, ein Zufallsprozess darstellt. Das ist dieses Rauschen und zufällige Bewegungen der Effizienzmarkthypothese. Die trifft nur und nur dann zu, wenn der Hörstexponent bei 0,5 liegt oder ob es sich um einen mittelwertschwankenden Prozess, also sogenanntes Mean Reverting, handelt. Das haben wir, wenn der Hörstexponent kleiner ist wie 0,5. Das heißt, wir sehen hier mehrere Dinge. Der Zufallsprozess und alles das, was die Effizienzmarkthypothese predigt, ist eigentlich nur ein Spezialfall, wenn der Hörstexponent exakt bei 0,5 liegt. Ansonsten haben wir entweder Mean Reverting oder fraktale Muster. Wir haben mit unserem Kooperationspartner eine weit angelegte Studie gemacht. Meine Masterarbeit ging auch über dasselbe Thema. Unsere Studien haben für Aktien eben ergeben, dass ca. 80% uns unseres Samples und wir haben mehrere tausend Titel beachtet, weltweit verteilt, dass 80% sehr hohe Hörstexponenten aufweisen und dass der Zufallsprozess, also das, was der Effizienzmarkthypothese zugrunde liegt, eher eine Ausnahme darstellt. Und wenn Sie das auf Finanzzeit rein anwenden, können Sie zur Berechnung die RS-Statistik heranziehen, die ich hier erstmal nicht weiter vorstellen werde. Key Takeaway ist hier, Finanzmärkte sind tatsächlich fraktal. Sie können das messen und dazu können Sie den Hörstexponenten auf Aktienrenditen anwenden und werden insbesondere bei Aktien feststellen, dass Aktien sehr wohl fraktalen Mustern folgen. Bevor wir nun dieses Theming-Gebiet verlassen, möchte ich nochmal zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben. Wir haben festgestellt, es gibt relativ viele Dimensionsbegriffe und es gibt fraktale Dimensionen, die sich hauptsächlich darin bedienen, Überdeckungen vorzunehmen. Wir haben gelernt, dass es fraktale Monsterkurven gibt, die man ineinander überführen kann. Wir haben festgestellt, dass diese mathematischen Kurven unendlich sind und wir haben auch festgestellt, dass unser ganzes Leben eigentlich aus Fraktalen besteht und Sie werden, wenn Sie diesen Kurs abgeschlossen haben, die Welt nicht mehr so wahrnehmen, wie Sie es zuvor getan haben, es sei denn, Fraktale waren Ihnen schon ein Begriff. Was haben wir des Weiteren gelernt? Dass wir Fraktale messen können. Wir können sie nachweisen, indem wir einen Hörstexponenten berechnen. Das ist insbesondere, wie ich es gerade ausgeführt habe, bei Finanzzeitreihen sehr interessant. Wir können hier zeigen, ob Aktienrenditen nun fraktalen Mustern folgen oder nicht und haben nachgewiesen, speziell für Aktien, dass über 80% der von uns beobachteten Aktien sehr hohe Hörstexponenten aufweisen. Damit sind wir zunächst einmal mit der Fraktalität an sich zu Ende. Wir werden die Kurven, die wir hier kennengelernt haben, einmal in unserem Python-Teil nochmal auffassen und auch nochmal in den stochastischen Prozessen wiederfinden. Wir werden jetzt weitermachen, indem wir einen kurzen Abstecher in chaotische Systeme machen, also nicht-lineare dynamische Systeme, Chaos, die Mandelbrotmenge und die Julia-Menge auf komplexe Zahlen. Es wird aber nur ein kurzer Abstecher sein, um Ihnen zu zeigen, dass hier die Reise durchaus noch weitergeht. Es ist aber außerhalb des Umfangs, den dieser Kurs erfüllen kann, Ihnen diese Dinge auch noch beizubringen. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wenn hier der Wunsch besteht, kann natürlich auch mal ein Wahlfach erzeugt werden oder aufgelegt werden, welches sich ausschließlich mit Chaos befasst. In unserem Fall hier machen wir nur einen kleinen Abstecher und mit dem beginne ich jetzt auch sogleich. Und zwar, wir reden zuerst einmal über Julia-Mengen. Julia war ein Mathematiker, der im Ersten Weltkrieg seine Nase verloren hat. Das heißt, wenn Sie mal ein Bild von ihm sehen, dann trägt er meistens ganz Corona-stylish einen Mund- und Nasenschutz. Und jetzt den bösen Witz beiseite gelegt, Julia-Menge. Julia-Mengen sind Teilmengen der komplexen Zahlenebene. Das heißt, wir verlassen jetzt reelle Zahlen, sondern wenden uns das erste Mal tatsächlich komplexen Zahlen zu. Und das Komplement der Julia-Menge ist die sogenannte Fatou-Menge. Das ist auch ein Mathematiker, der zusammen mit Julia eben diese Mengen definiert hat. Und wir sehen, ich wiederhole noch mal, Julia-Mengen sind Teilmengen der komplexen Zahlenebene. Wendet man hier auf ganz zedefinierte Funktionen immer wieder auf ihre Funktionswerte an, das heißt, wir machen effektiv das Gleiche wie bei einem normalen mathematischen Fraktal. Wir iterieren eine Funktion immer und immer und immer wieder und erzeugen quasi einen Orbit dieser Funktion mittels einer komplexen Zahl z. Dann ergibt sich hier eine Folge komplexer Zahlen. Wir sehen, dass hier unten die komplexe Zahl z wird abgebildet auf ihren Funktionswert f von z und diesen Funktionswert bilden wir wieder ab auf den Funktionswert, also den Funktionswert des Funktionswertes, also f2 von z. Wir erzeugen hier quasi einen Orbit iterierender Funktionswerte komplexer Zahlen. Und was heißt das denn jetzt? Wieso tun wir das jetzt? Das heißt, abhängig vom Startwert erhält man entweder praktisch fast dieselbe Folge als Ergebnis einer stabilen Dynamik und der Startwert wird dann der Fatou-Menge zugerechnet. Das bedeutet, wir nehmen einen Startwert z, bilden den Orbit und ändern z marginal und bilden den Orbit wieder und erhalten fast denselben Orbit, dass es schon schier langweilig wird. Oder wir erhalten eine sogenannte sensitive Abhängigkeit der Folge vom Startwert, welche zu komplett unvorhersagbarem Verhalten und komplett differierenden Ergebnissen führen kann. Was heißt das jetzt? Das bedeutet Chaos. Chaos sind nicht lineare dynamische Systeme mit Sensitivitäten zum Startwert. Das heißt, wir nehmen ein z, verändern das Marginal und wir kommen ganz woanders raus, wie wir es erwarten würden, weil theoretisch würden wir eigentlich erwarten, wenn wir einen Startwert z nehmen und den nur marginalst verändern, dass wir in etwa wieder dieselbe Folge erhalten. Wenn wir aber ein chaotisches System haben, was sensitive Abhängigkeiten aufweist, dann ändern wir unser z marginal und den Orbit, den wir erhalten, ist sowas, was von komplett anders wie das, was wir eigentlich ursprünglich erwartet hätten, nämlich eine ähnliche Folge wie die, die wir unserem ursprünglichen Z zugerechnet hätten. Ich habe Ihnen mal so eine Karte, so eine Realisation dieses Julien-Orbits dargestellt. Wir haben auch ein Python-Skript, was Ihnen das selbst erzeugen kann. Ich möchte Ihnen das hier nur mal kurz zeigen, damit Sie das mal gesehen haben. Sie sehen hier, dass in Rot ist die Julien-Menge und das alles außenrum ist das Kompliment, das ist die sogenannte Fatou-Menge. Für was habe ich Ihnen jetzt die Julien-Menge vorgestellt? Ich möchte Ihnen eigentlich die Mandelbrotmenge zeigen, mit der Mandelbrot ursprünglich auch berühmt geworden ist und ich denke, die jeder von Ihnen schon mal gesehen hat. Warum habe ich Ihnen vorher die Julien-Menge erst gezeigt? Und zwar die Mandelbrotmenge m ist hier die Menge aller komplexen Zahlen c, für welche die rekursiv definierte Folge komplexer Zahlen z1, z2 und so weiter mit dem Bildungsgesetz zn plus 1 gleich zn² plus c und im Anfangsglied z0 gleich 0 beschränkt bleibt. Das bedeutet, die Mandelbrotmenge ist sozusagen eine Karte aller möglichen Julien-Mengen, die es gibt. Und das ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Das bedeutet, wir nehmen hier eine komplexe Zahl und iterieren die und zwar für alle komplexen Zahlen, die wir uns so vorstellen können, sofern die Zahl mit 0 beginnt. Und ich habe Ihnen hier dieses Apfelmännchen, wie es auch genannt wird, diese Mandelbrotmenge einmal abgetragen und Sie sehen, dass für gewisse Werte eben diese Folgen beschränkt bleiben. Das sehen Sie hier in schwarz und dass für andere Werte, die in unendlich abdriften, das ist hier weiß dargestellt und Sie sehen hier interessanterweise eine sehr große Selbstähnlichkeit. Je weiter Sie hier an den Rand nach außen gehen, wiederholen sich diese Muster immer und immer wieder. Ich habe Ihnen hier in Moodle mal einen Zoom, eine eine Stunde lang andauernden Zoom in diese Menge bereitgelegt. Da können Sie mal häppchenweise reinschauen. Was hier interessant ist, dass sich darum gestritten wird, ist das, was wir hier sehen, tatsächlich ein Fraktal oder nicht. Das ist eine sehr interessante Diskussion, auf die ich hier allerdings auch nicht weiter eingehen werde. Ich fasse es nochmal zusammen. Sie sehen hier die Karte aller Julia-Mengen, die es gibt. Und Julia-Menge sind die Orbits der komplexen Zahlen und Sie sehen hier natürlich die Selbstähnlichkeit. Was hat das Ganze jetzt mit Chaos zu tun? Wir kommen da gleich dazu. Ich kann Ihnen das gleich zeigen. Bevor wir das jedoch in Angriff nehmen können, müssen wir erst nochmal ein Konzept aus den nicht-linearen Systemen einführen. Das ist die sogenannte Bifurkation. Eine Bifurkation oder auch Verzweigung genannt, ist eine Zustandsänderung eines nicht-linearen Systems. Das ist, denke ich, eine der kürzesten Erklärungen, die Sie in diesem Kurs bisher bekommen haben. Wir gehen dennoch etwas weiter darauf ein, was macht denn eine Bifurkation, was macht denn eine Verzweigung? Hier werden die Anzahlen der Fixpunkte angezeigt, um welche sich die Orbits der jeweiligen Funktionen bewegen, wenn ein spezifizierter Parameter wächst. Wir haben vorher gesehen, wenn wir für eine, in den Julia-Mengen, wenn wir für eine komplexe Zahl iterieren, durch den Funktionswert erhalten wir ein Orbit. Und wenn dieser Orbit sich irgendwann um einen festen Punkt bewegt, das heißt, wenn f5 von x, f6 von x, f7 von x, f8 von x sich alle einem Punkt annähern oder denselben Wert annehmen, dann haben wir einen sogenannten Fixpunkt. Und diese Bifurkationen zeigen mir quasi an, für welche Werte eines Orbits bei spezifizierten Parametern eben Fixpunkte sich einstellen und eben wie sich diese Orbits auch verzweigen können. Man kann hieran erkennen, ob ein deterministisches System ins Chaos gleitet oder nicht, wenn entsprechende Parameter groß genug werden. Das bedeutet, wir verändern Parameter, zum Beispiel ein Wachstumsparameter und wir machen den größer und wir können sehen, okay, eigentlich müsste das deterministisch sein, aber wir erhalten trotzdem chaotisches Verhalten und anhand eines Bifurkationsbaumes können wir das ablesen bzw. wir können das uns anschauen. Und die Änderungen am Bifurkationspunkt bestehen in den meisten Fällen entweder in einer Änderung der Anzahl von Attraktoren wie Fixpunkte oder periodischen Orbits oder eine Änderung der Stabilität dieser Objekte. Wir verbinden Chaos meistens mit Instabilität und die Fixpunkte quasi mit Stabilität, weil um den Fixpunkt herum oder im Fixpunkt selber einfach nichts mehr passieren wird. Ich habe Ihnen das hier einfach mal aufgemalt. Wir werden im Code sehen, was für eine Funktion das ist. Die können Sie sich dann auch selber plotten und selbst erzeugen. Was heißt das hier jetzt denn genau? Wir haben hier ein Diagramm, was uns eine Variable x in Abhängigkeit eines Parameters, in dem Fall hier nennen wir es mal eine Wachstumsrate r, anzeigt. Und wir sehen hier, dass ab einer gewissen Wachstumsrate, ab einer gewissen Größe dieses Parameters ein Fixpunkt entsteht. Das heißt, der Orbit spaltet sich quasi auf und wir haben auf einmal hier eine Bifurkation, eine Aufspaltung, eine Verzweigung dieses Orbits bei steigender Wachstumsrate. Und wenn wir weiter nach hinten gucken, ab 3.4 bis 4.0 gleitet das System komplett ins Chaos ab. Wir sehen allerdings, wir haben hier so Streifen zwischendrin, besonders bei 3.8 und 3.9, wo wir anscheinend aus dem Chaos wieder zurückkehren und wieder nur zwei oder drei vordefinierte Fixpunktwerte annehmen können. Das heißt, sobald wir einmal ins Chaos abgeglitten sind, um das ein bisschen platt zu formulieren, gibt es auch Wege wieder zurück. Und wir sehen hier, wie viele chaotische Punkte es sich hier ergibt, wie viele Fixpunkte hier auftreten können. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und zeige Ihnen hier die letzte Folie dieser Veranstaltung. Und zwar die Bifurkation der Mandelbrotmenge. Wir sehen hier die Funktion, die der Mandelbrotlänge unterliegt. Und ich habe Ihnen hier das Bifurkationsdiagramm der Mandelbrotmenge mit abgetragen. Das heißt, Sie sehen, ab welchen Punkten sich eben diese Mandelbrotmenge an den Fixpunkten aufteilt. Und interessanterweise ist das immer dann der Fall, wenn wir hier einen Flaschenhals haben. Das heißt, wir sehen, die erste Spaltung des Bifurkationsdiagramms findet genau dann statt, wo hier quasi der Kopf anfängt. Und natürlich ist es so, dass wenn wir weiter nach hinten gehen, wir sehr, 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 habe ich schon mal sehr gesagt, sehr viele Fixpunkte erhalten. Und deswegen auch eben diese Mandelbrotmenge ein selbstähnliches Fraktal ist, wo wir sehr weit reinsummen können. Weil Sie sehen an diesem Bifurkationsdiagramm, wie viele Fixpunkte wir denn eigentlich erhalten und wie viele Aufspaltungen das sind. Das heißt, die Mandelbrotmenge ist nicht nur Sinnbild für Fraktalität und Selbstähnlichkeit, sondern auch ein Sinnbild für Bifurkation und ein Sinnbild für chaotische Systeme. Und das ist eigentlich auch sozusagen schon mein Schlusswort. Wir sind mit diesem Bild quasi am Ende der Vorlesung über Fraktale angelangt. Und ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt und wir sehen uns in der nächsten Veranstaltung.